Wo warst du denn? Wahrscheinlich hat ihn deine Sylvia endlich rumgekriegt. Mein Gott, die musste ich ja herangenommen haben. Stimmt's und hab ich recht. Ich war im Knast. Ja, wo ist das Fleisch? Fleisch ist heute nicht. Ja, bisschen was muss ich schon bringen. Von wegen Pension, Lilo. Komm, du lass ihn. Der Bruder meint, er könnte sich alles erlauben. Warte mal, was hat er gesagt? Wo war er? Im Knast? Ja! 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 Ja!